hinter dir ja ja finde ich nichts gut von ihnen hinter dir drück mal drück mal drauf ich hab doch drauf gedrückt wenn mir das ding nochmal rüber fährt habe ich achso keine sorge ich kann mich drum stirbt zombies die der munition wo ich nicht dieser kunde ist wohl nicht zufrieden nein zumindest hat er einen krasseren raketenwerfer wie viel sind das von denen die raketen werfen deine aufgabe ich kann mich nicht um den kümmern wenn ich Angst habe dass er auf mich schießen oh sagt ich ja dann noch eine kanade hinterher genau danke dass du mich doch recht wenn ich gehalten war knapp komm nicht drauf zu ballern weil ich alter also ein raketenwerfer ist auf jeden fall weniger aber der andere typ ist noch ist er noch im leben mein gott wer ist denn da jetzt noch mit dem raketenwerfer ich gehe hier rüber in die nähe von denen na cool hier stirb aha dir geht es noch gut ja und hast du ein kraut dabei rotes ja da wäre noch ein rotes kraut gewesen aber das hilft uns dann weniger ja doch oh keine muni mehr finde ich auch gut dass sie unendlich schuss haben naja die ja da geht er da um geht er da um ich habe doch auf ihn geschossen jetzt wenigstens kann er nicht mehr mit den raketen schießen nur noch mit seinem hässlichen kopf zu schlagen ja toll mit seinem hässlichen kopf kommt er zu mir ja aber er ist tausend mal besser als ein raketenwerfer also ich kann dir ja helfen scheiß ich ja nicht im stich hunde da ist ja noch einer mit dem raketenwerfer äh lauf mal zurück lauf zurück lauf zurück ich heil dich jetzt gleich äh auf jeden Fall wir kümmern uns ob die gegner gleich nachdem ich dich geheilt habe lauf weiter okay ja komm her das wäre mir sonst zu knapp okay der ist tot gut das war's glaube ich jetzt kommen noch mehr genau hinter der Tür ja dahinter der Tür sind noch Leute soll ich aufmachen ja ich mach auf hi der hat noch einen Raketenwerfer der hat umgefallen oh Vorsicht oh nicht nett machen sie da weg da wir sind ein böser Kunde genau hier ist ein grünes Kraut bleiben sie liegen genau hast du noch das rote ja gut dann gebe ich dir das grüne einmal das hier ich hätte auch genug Platz gehabt dafür hast du mir gerade das grüne hast du mir gerade das Kraut gegeben jetzt ja ja ich möchte gern Heiler spielen ich kombiniere so gern äh gut jetzt wieder was zum lesen was ich nicht tun werde du einfach so äh ist denn eventuell bei der Tür und ich gehe einfach an der Seite vorbei schließe ich von hier aus ab ja und du machst die Tür auf gut du kam von beiden Seiten ist doch nett mhm Freiheit in einem grünen Raum komm ups hör ihr ab ja ich bei himmlischer Schuhe was weiß ich ja jetzt erstmal einen Schluck trinken gut trinken ist sehr wichtig Leute ja auch in einem Let's Play nicht vernachlässigen müsste ich eigentlich auch machen ne ja das ist gut für deinen Hals sieht nach Spinne wieder aus was mach ich denn weiter mal klart mal nach klart mal nach ich weiß noch was zum Nachwarten ne passt ja das sieht nach dem Raum aus wo die Spinne war aber ich glaube die ist tot oder sie kommt wieder und dann dann stürzt genau ja Muni nehme ich einfach mal mit wenn sie uns mit Munition vollballern wollen dann kommt ja noch was mhm das ist irgendwie zu ruhig genau das ist offensichtlich dass jetzt gleich was kommt klar wir kommen entweder die Soldaten oder wieder so ein mutierter Riesenschub genau müssen wir denn natürlich herunter aber wo geht es herunter äh Laptop aber trotzdem äh ach da na ja so drauf kommen ne ach da eine Insel Karussell fahren ich mag keine Karussells eines was ich im Kreis drehe da wird mir schlecht natürlich kommen wieder Gegner ja da kommen welche boah ist das scheiße naja solange wir nach oben gehen und die uns so nicht treffen weil die unter uns sind ja wir gehen einfach mal in die Mitte ne Gott da wird wirklich sowas zur Übelkeit führen echt in der Realität ja warum weil wenn ich ich mag sowas einfach nicht wenn sich was dreht da fällt mir schlecht bei ey was machen die da genauso sitze ich nicht gerne hinten im Auto warum das denn da wird mir auch schlecht das ist deine Angelegenheit ja ja ich kann nicht wenn sich das dreht das ist schwer ne einer getroffen weiter getroffen ich schieß nicht boah weiter getroffen einer lebt noch aber ist egal da oben ist wieder einer alter ich krieg den nicht alter ich kann da nicht entgegensteuern ne kann ich vergessen so eine Runde gemacht solange sie dich treffen ne so lange ist mir das egal im Kreis rennen das ist halt verdammt schwer zu treffen das dreht sich halt so nervig ne du musst mir helfen schieß mit deinem Maschinengewehr drauf oder so das bringt doch voll viel ein Maschinengewehr aber ist halt nichts ich treff die halt nicht wenn es sich dreht mehr ran Gott fick dich doch entschuldigung das ist ein bisschen nervig wer hat das auch konzentriert äh so konzentriert konzentriert nein konzipiert wie auch immer gebaut nehmen wir uns einfache wort gefunden gebaut wie auch immer holt mir schnachladen wo sind noch welche ich das übersehen ich seh grad keine ich auch nicht oder sie sind fast oben das auch aber hier müssten auch irgendwo Gegner sein das von unten ja solange sie uns nicht treffen ja solange wir vorankommen ich bin der letzten Session bei dem letzten Gegner da weil wir den Hund aber verbrennen mussten bevor wir attacken wer stirbt und kaum noch Muni hatten da ist noch einer ach verschwind deine Muni nicht hm egal ich verschwinde wir mal Muni selber oh den Gewehr ist leer na komm lassen wir den da drückt der den Schalter nicht also selber schuld da ist der Junge selber schuld aber vielleicht müssen wir den töten damit es weitergeht ja aber das geht guck mal weil es kein Millimeter voran fühlt nicht so ich kann nicht schießen die ganze Zeit das ist doof passt schon erst tot aber es geht trotzdem nicht voran da ist irgendwas drücken wieder ich sehe ja nichts vielleicht müssen wir noch einen erschießen na wo denn da ballert auf jeden Fall noch wer so tief kann ich gucken kann man da runterfallen irgendwo muss ja noch wer leben da ich sehe ihn da 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 sind doch noch einer am Schalter deswegen ach komm Dennis hast du ihn getötet ich habe genau den Kopf vorbeigeschossen aber er hat losgelassen anscheinend Dennis geht wieder nach oben oder dann verdreht er sich wieder schneller naja es geht hoch ja kann sein dass er zusammengezuckt ist und er durch die Tasse losgelassen hat ich kann auch mit dem Granatwerfer runterschießen aber wir sind oben jawoll oh hi Kunde hallo oh äh schlechte Idee was ist denn mit mir falsch ich kann dich nicht heilen sorry kann man mich tun ja oder siehe sie sich um mich gold oh gewehrmunition ich glaube ich verschwende mal wieder maßlos oh oh was hat das denn was hat das denn was hat das denn so die gewähmung hier eingesammelt mhm hier heilt dich dann gerne geben dankeschön ich kann dir noch eine geben warte ich kann dich heilen sicher sicher ja ich habe doch ich habe zumindest ein grünes Kraut noch wenn wir ein rotes finden dann können wir das wieder kombinieren oder ein weiteres grün ist sehr egal mhm erscheinnt schon ne wir sind immer noch in der Höhle mehr Ruins du denkst Axella ist hier ganz gut gebrauchen ganz gut gebrauchen ganz gut gebrauchen ich kann dir geben die vier Schuss ne ne hat einmal voll ne ich habe schon mal eine vollgeladen